So, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Dieses Mal haben wir Haarprodukte und sonstiges. Also hier ist wirklich sonstiges und Haarprodukte drin, logischerweise. Fangen wir mal mit dem hier an. Hier habe ich einmal die Bürste, die werde ich gleich mit rüber nehmen. Die habe ich total vergessen, dass ich die gekauft habe. Habe ich noch nicht ausprobiert von Evelyn, die habe ich noch nicht sehr lange. Dann habe ich hier einmal, hier fällt schon was runter, hier einmal eine Tasche von, das war von der Kooperation von Shisido und My Little Box. Die verwende ich immer recht gern für die Berufsschule. Habe ich wirklich schon sehr gut verwendet. Aber jetzt bin ich ja gerade zu Hause, deswegen brauche ich die gerade Gott sei Dank nicht. Dann habe ich hier einmal ein Pinsel Brush Cleaning Pad. Das werde ich auch gleich mit rüber nehmen. Das habe ich auch total vergessen, dass ich das noch habe. Werde ich gleich rüber ins Bad tun, ans Waschbecken. Dann habe ich einmal ja, dieses Parfüm von Douglas, das mir einfach nicht so gefällt. Das werde ich jetzt einfach noch aufbrauchen, damit es weg ist. Dann eben diese Invisibubbles. Kennt ja mittlerweile jeder. Dann eben Schnürsenkel. Die passen sehr gut zu meinen neuen Schuhen. Aber zuerst werde ich eben die Schnürsenkel aufbrauchen, die drin sind. Und wenn die da nicht mehr so schön aussehen, werde ich die verwenden. Ja, was ist da noch drin? Hier sind einmal Brillenputztücher. Die waren eben in der Pre-Box von der Glow drin. Dann haben wir einen Haargummi von Purely. Habe ich schon einen verwendet. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Dann machen wir mal mit dem weiter. Das ist ein Hautdesinfektionsgel. Das werde ich jetzt auch aufbrauchen. Das war eben auch in der Glowbox drin. Dann einmal das zweite Shampoo von Ghoul. Das erste habe ich jetzt schon eigentlich was aufgebraucht. Finde ich nicht schlecht, aber hatte schon bessere Shampoos. Sagen wir mal so. Aber ich werde es auf jeden Fall verwenden. Dann vom Bodyshop eben diese Lip. Ich weiß gar nicht, ob das Farben sind oder Lip Balm. Also Bonnie Lip Teile. Habe ich leider auch noch keins aufgemacht. Dann haben wir vom Bodyshop eben auch diese Bodycremes noch. Habe jetzt gerade mal das Kokos aufgebraucht und bin jetzt dabei von Trecklemoon was aufzubrauchen. Dann haben wir eben diese Christbaum Kugel Edition, die ich von meiner Oma zu Weihnachten bekommen habe. In Handcreme und Lip Balm. Die sehr schön nach Winter riechen. Dann haben wir einmal von Desange eben dieses Repair Maske. Repair Haar Maske. Dann einmal von Langhaarmädchen die Repair Haar Maske. Da bin ich auch schon sehr gespannt die zu verwenden. Die sollen ja auch nicht schlecht sein. Dann haben wir von Desange eben noch dieses Probe Paket mit Shampoo und Spülung. Dann haben wir einmal, was ist das? Eine Haarkur von My Little Box. Ist auch schon etwas älter. Dann von Olia das Haaröl. Ich verwende leider nicht so viel Öl für die Haare. Muss ich jetzt unbedingt ändern. Dann, das hatte ich in der Winter Box auch drin von Glossy Box von Minus 417 eben auch eine Hair Matte Mask. Dann von John Frieda das Sheer Blond Shampoo. Ja, kann ich jetzt gerade nicht aufbrauchen, weil ich keine blonden Haare mehr habe. Aber werde ich bestimmt irgendwann wieder haben. Deswegen hebe ich es einfach mal noch auf. Dann haben wir einmal ein Öl, Haaröl bzw. Körperöl von My Little Beauty. Einmal dieses Haar Parfum. Kennt auch mittlerweile, glaube ich, jeder. Noch eine After Sun Maske. Die muss ich jetzt auch unbedingt aufbrauchen. Das Zuckerspray von Balea. Und von meiner Lieblings Haar Maske eine Probe. Dann haben wir noch die Wachsstreifen, die leider nicht gut bei mir geendet haben. Da habe ich einen Ausschlag von bekommen. Leider. Werde sie wahrscheinlich meiner Schwester oder so schenken. Mal gucken. Dann habe ich noch aus der Glow Box von letztem Jahr, die ich gewonnen habe, diese Tattoos. Einmal eine schwarze Zahnbürste, äh Zahnpaste. Die muss ich jetzt auch dann noch verwenden. Nochmal eine Probe von einem Parfüm. Dann habe ich noch mal so Haarbänder, Gummibänder sozusagen. Dann habe ich von Dessert von meiner Tante was zur Pflege bekommen. Das ist jetzt Body Butter und Aprikowöl. Das Aprikowöl ist wirklich gut. Dann habe ich einmal Zippbeutel, warum auch immer die da drin sind. Aus dem Adventskalender eben so eine Bürste. Habe ich aber schon eine, die ich verwende. Ja und hier eben die Sonnenbrille, die dabei war bei der Box, die ich gewonnen habe. Dann nochmal ein Probeparfüm. Und so habe ich noch das Haarband und ein paar Taschen. Hier ist auch noch mal die Mini Invisibubbles. Hier die ganzen anderen Probeparfüms. Einfach noch Taschen. Nochmal ein Invisibubble. Also eine Invisibubble und Haargummis habe ich eigentlich genug. Und einfach Verpackungen habe ich mir hier noch aufgehoben. Genau. Ein Spiegel ist noch da und Haarklammern. Ja. Es ist einfach so sehr vieles zusammengewürfelt. Jetzt werde ich auf jeden Fall mit was anderem noch zusammenschneiden. Sonst wird es auf jeden Fall zu kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Nun zum nächsten Video. Ich habe mir gedacht, ich schneide das jetzt einfach noch. Es ist zwar nicht in der richtigen Reihenfolge. Mit den Pflegeprodukten zusammen. Beziehungsweise Körperwaschprodukten. Weil dann kann ich einfach Bronzer, Highlighter und alles zusammen machen. Deswegen jetzt einfach mal dieses hier. Und zwar habe ich hier einmal von Alverdes. Habe ich von der lieben Alina Jasmin bekommen. Lieblings Mensch Geschenkset mit Handcreme, Softcreme und Creme-Öldusche. Habe ich leider noch nicht geschafft aufzumachen. Weil ich einfach noch so viel habe. Dann einmal von Belou die dieses Splashy Melon Körperspray und Bodyschaum. Dann habe ich einmal zwei neue Duschgele von Balea. Das gibt es... Uh, ihr seht gar nichts. Das gibt es schon länger. Obwohl die gibt es glaube ich beide schon länger. Habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft, dass ich die verwende. Muss ich jetzt dann machen. Aber Duschgel geht eh relativ schnell leer. Dann einmal von BB diesen Soft Shower Cream. Das Duschgel, das ich mir selber gemacht habe. Aber das werde ich wahrscheinlich eher nicht verwenden, weil ich es einfach so schön finde. Dann haben wir einmal das Glitzerspray von Balea. Das werde ich auf jeden Fall diesen Sommer verwenden. Dann nochmal drei Body Butter von Body Shop. Aber jetzt werde ich erst Strackle Moon verwenden. Und ich habe noch sehr viele andere Body Cremes, bevor ich was anderes verwende. Dann haben wir noch einmal eine Lancaster Tom Maximizer. Dann von Litamin Zitronenbuttermilch Dusche. Und dann passend noch zu dem Weihnachtssättig, das ich mir gekauft habe. Frosted Berry Körperpeeling und Duschgel. Dann habe ich einmal von Shaw & Len eben diese Body Lotion mit Vanilla Chai. Einmal die Einhorn Dusche von Elkos. Eine Entheuerungscreme, die kennt wahrscheinlich eh jeder. Finde ich super. Dann habe ich noch das Set, das ich von der lieben Miss Pink Panther bekommen habe. Das werde ich jetzt als erstes aufbrauchen. Das habe ich wirklich schon sehr, sehr lange. Dann einmal den Rasierscharme habe ich von der lieben Alina Jasmin bekommen. In Sweetberry. Dann von Dove einmal eine Body Lotion. Body Lotion habe ich auf jeden Fall genug. Die Seife von Patisserie von La Vera. Eine Allround Creme. Dann die Body Butter von La Patisserie. Ein Body Peeling von Drackle Moon. Das habe ich auch schon länger. Eine Sonnencreme natürlich. Darf nicht fehlen. Dann natürlich meine Boom Boom Creme, die ich auf jeden Fall jetzt im Sommer verwenden werde. So, Kamera leider wieder ausgefallen. Ich muss jetzt endlich fertig werden, weil mein Mann will schlafen. Deswegen beeile ich mich jetzt. Dann haben wir hier einmal diesen Diamond Touch von LCN. Das ist diese Fußcreme mit Glitzer. Dann habe ich natürlich einmal ein Body Spray. Das kennen wir ja alle. Dann von Belou ein Cremeschaum. Dann Body Butter von Body & Soul. Die muss ich jetzt auch unbedingt aufbrauchen. Dann habe ich von La Roche-Posay. Eine Body Milch ist das. Dann noch das Aloa Spray. Das habe ich auch noch nicht verwendet. Bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Von Dior eben so eine Probe. Dann Ultra Sun After Sun Cooling Gel. Dann von Nivea eben dieses Seidenmousse. Nochmal von Nivea diese Kirschblütencreme. Dann das gleiche Belou Spray eben als ein Duschschaum, nicht Körperschaum. Dann noch ein Emoji Deo. Einmal dieses kleine Duschgel, was ich aus der Apotheke bekommen habe. Dann von Dr. Severin Body Aftershave Balm. Ein kleines 8x4 Deo ist sehr schön zum Mitnehmen. Das ist bloß zum Desinfizieren. Das habe ich bekommen, als ich mir mein Ohrpiercing stechen lassen habe. Dann habe ich von Cetaphil eine Feuchtigreizcreme. Dann nochmal eben diese Balea Regenbogenduschen. Noch eine Regenbogendusche von Avio. Dann von Alverde ein Pink Smoothie Bio Granatapfel Trochenfrucht. Dann noch ein rosanes Ecos. Dann noch von Isana das Einhorn Duschgel. Dann diese drei Duschschäume von Isana habe ich noch. Von Versace habe ich noch ein Duschgel. Das finde ich sehr, sehr gut. Ach nee, das ist eine Bodylotion, kein Duschgel. Dann noch eine Körperlotion von Be Good. Von der Eigenmarke von Beepaw. Und nochmal das gleiche, das habe ich gar nicht gewusst, von La Roche-Posay. Das habe ich zweimal. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Ja, das war es dann auf jeden Fall mit den ganzen Pflegeprodukten und Duschzeugs. Und das nächste Video, was folgen wird, ist nun endlich das letzte Video. Ach ja, nee, ich habe es vergessen. Hier oben steht noch was. Und zwar habe ich hier die ganzen Rituals-Sachen. Die habe ich auch noch nicht verwendet. Das Rituals-Öl. Das Rituals, das ist glaube ich ein Body Spray. Genau, Body Mist ist es. Dann einmal den Duschschaum von Rituals. Einmal die Handcreme von Rituals. Und noch einmal das Shampoo von Rituals. Sieht wirklich wunderschön aus. Ist fast zu schade zum Verwenden. Aber naja. Das nächste Mal ist auf jeden Fall der Rest dran. Das letzte Video, Gott sei Dank. Und dann habt ihr meine gesamte Schmink-Sammlung gesehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Highlighter, Rouge, Bronzer und was weiß ich. Tschüss.